moin moin und willkommen zu einer neuen ausgabe von den testpiloten heute geht es erstmal um ein update ein kurzes update zu der app focus und jetzt geht's los so wie ihr seht geht jetzt gerade die minute weiter runter weil ich mein handy verwendet habe momentan bin ich bei 12 euro 88 focus euro also 12 88 focus euro eine neue challenge hat begonnen bei about you das sehen wir uns jetzt einmal an im prinzip je mehr minuten du während der challenge dein handy beiseite legst desto höher ist deine chance auf einen von 5 15 euro brought you gutscheine so ja sehr interessant die rangliste lange dauert es noch sechs tage vier stunden so die rangliste wir haben jetzt momentan den ersten platz an mit 35 343 minuten also wie der das hinkriegt keine ahnung ich bin gerade mal bei 145 minuten ok statistik aktuelle serie drei tage längste serie drei tage in die freizeit einen tag 15 stunden 25 minuten schon mal nicht schlecht die app bringt einem wirklich dazu dass man mal öfter sein wenn die einfach mal weg legt also es funktioniert gut ich hätte mal dass ich bis bis spätestens ende der woche also bis freitag auf jeden fall die 20 euro habe und dass ich dann auch mal testen kann wie das funktioniert mit der auszahlung etc ja sieht ganz gut aus bis jetzt ich hatte zwischendurch ein paar probleme gehabt also ich hätte schon die 20 euro fast schon erreicht nur gab es ein paar technische probleme manchmal wollte er nicht so wie ich wollte sprich der hat dann einfach entweder gar nicht gezählt was natürlich ärgerlich ist wenn man anderthalb stunden das zählen lässt also anderthalb stunden waren einfach mal weg und das nächste ding war dass er dann mir die strafminute gegeben hat obwohl ich gar keine app verwendet habe keine andere aber gut sei es drum jetzt funktioniert seit etwa zwei tagen ohne probleme und was mir aufgefallen ist nachdem ich dann zehn euro gesammelt habe zehn focus euro ging es dann damit weiter dass ich dann alle fünf minuten zwei bis drei focus cent gut geschrieben bekommen habe also nicht alle fünf minuten 1 cent sondern jetzt zwei bis drei sind dann mal schauen wie sich das weiterentwickelt also bis dahin falls euch das video gefallen hat lasst ein like da abonniert den kanal vor allem lasst ein kommentar da wir versuchen so schnell wie möglich zu antworten kann manchmal ein bisschen länger dauern ansonsten ja bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal